heute gibt es die gewinner ohne scorer let's go und es hat mich eine hammer geile nachricht erreicht von cf 14 das christian hat mir so einen langen text geschrieben und christian man da geht einfach liebe raus an dich das komplett einfach mein herz aufgegangen und da war ich auf dem stadionweg und was auch im stadion haben uns knapp verpasst aber wir sehen uns nächstes mal und damit gehe ich mit der vollen euphorie rein hier ins video wir reingehen ich bin natürlich ein mann des volkes ich war im chat in den kommentaren war ich mit nota matthäus der hatte unter ein video geschrieben dass ihm doch das gewinnerformat ist ihm wohl doch zu obvious und deswegen verfeinern wir das heute die gos edition gewinner ohne scorer und jetzt aber wirklich rein und wir starten mal mit dem ersten mann mein platz fünf und das ist dennis wavro wer aufmerksam das bochum wolfsburg spiel geschaut hat der weiß wer das ist und dem rest erzähle ich das jetzt ganz kurz der kam mit laie aus kopenhagen vor der saison relativ spät so am deadline day und ja dann war da in wolfsburg der geplante la croix ersatz so munkelte man und ja ich war dann aber eher so na nun wo ist der und ja jetzt haben wir ihn final gesehen mit einem start ausgestattet durfte schon in der nachspielzeit kam mal kurz rein gegen leverkusen jetzt gegen bochum schlug seine stunde deswegen erster punkt neu zugang starter erste starte für ihn in der bundesliga und ich leite direkt über in seinen zweikampf beast mode den hat er gezeigt ganz robuster mann mit seinen 189 latschen richtiger baumstamm mit sehr gutem timing unterwegs 63 prozent bodenkämpfe und luftzweikämpfe den selben wert und hatte da echt neun geklärte bälle auch abgefangen plus eins und noch eine torschuss vorlage also das ganze paket und laut unseren infos könnte der sich jetzt wirklich richtig rein spielen ist daher auch in den daily manager eine absolute kaufempfehlung die ganze der note 3,5 der könnte wirklich gesetzt sein in den kommenden wochen der bewegliche baumstamm wavro so und damit die vier svenno mahnte zur geduld letzten donnerstag wir hören noch mal ganz kurz rein hier zweiten bei low kandidat egal in welchem manager ist nämlich bei ja für mich gehört ihm die zu er glaubt hier noch an ihn und meine vier das ist nämlich er maxi bayern und das erfreulichste direkt am anfang sein erster bvb bundesliga start und direkt über 90 minuten das verbuche ich hier direkt mal als großen erfolg auch wenn er jetzt natürlich die 1 zu 2 niederlage gegen union kassiert hat wenig impact auf spiel sehen wir natürlich auch an seiner ligaanzahl der note die ist ein bisschen mau mit 4,5 mir gefiel trotzdem seine luftkämpfe hat sich voll reingehauen das sah richtig geil aus und ich gucke auch noch mal perspektivisch bvb zahlte knapp unter 30 millionen er ist immer noch schahins wunschspieler und dem wird man das vertrauen schenken ihm kommen natürlich jetzt auch zugute dass eventuell der ein oder andere ausfall hier gerade am start ist und im blick habe ich nämlich auch das nächste match up da geht es zu hause gegen den fc sam pauli und die kommen etwas angenockt dann und philip treu da wahrscheinlich auch mit einem mismatch da könnte maxi bayern die nächste stufe zünden deswegen ist er meine nummer 4 auch wenn die note eine 4 ist eine 4,5 aber eine menge abseits gerade jetzt maxi bayern die drei das ist tom bischof das ewige juwel in hoffenheim der zockt seit der u16 auch alle nazios schon durch und wenn man materazzo eines akkreditieren darf dann dass er aktuell auf den jungen knaben hier setzt das nämlich auch mit erfolg in stuttgart der hat das gestern richtig gut gemacht der hat sich jetzt auch festgespielt das ist hier mein erster punkt sein dritter start in folge in der bundesliga und auch euroleague durfte er die letzten zwei spiele von beginn an ran auch beide durchgespielt seine zweikampfstärke gegen stuggi die habe ich gesehen aller bonheur hartes duell da im mittelfeld gegen die absoluten topmänner mit karazor und auch stiller aber auch und darf den durfte auch mal decken echt super gemacht geklärte bälle mit abgefangenen bällen verein da je zwei ein blog auch noch drin und das beste das war eine null und zwar bei den ball verlusten und das kommt ja gerne mal vor gerade auf der position ist es ganz ganz wichtig dass du da einen sauberen stiefel spielst und das gefällt mir bisher der hat overall auch erst einen ball verlust in der bundesliga bis jetzt also sehr stark da und strahlt eine absolute sicherheit aus und perspektivisch avanciert er zum echten stammspieler hier tom bischof meine drei passt auch zur die ganze der note 3,5 für mich der neue stiller so wir gehen in den freitags grusel nach augsburg dimitrius janules er kam von norwich sah und siegte und so nämlich auch am freitag dimitrios ist jetzt angekommen lauf und passwege alles wird immer besser immer abgestimmter mit rex bitschei sein part vor ihm und gefällt mir richtig gut da in der kombi die geben eine richtig gute figur ab und es gibt noch leute die sich über mein decklisch beschweren dann gebe ich euch den nächsten punkt gefahr mit kmh so sieht es nämlich aus besonders in der schusserzeugung da wird er immer besser liefert zwei torschuss vorlagen jetzt auch am freitag eine kreierte großchance und zwei schüsse aufs tor also der macht richtig viel fürs offensivspiel der fugger städter und mittlerweile auch platz 16 bei den erfolgreichen dribblings hat er sich hoch gedribbelt kreierte großchance ist auch schon die 34 also ganz ganz wichtiger mann hier im offensivspiel der augsburger und defensiv mittlerweile auch eine echte instanz der liefert echt schon viele sachen hat er die zweikämpfe drin gehabt spielt richtig guten ball wirklich prädikat sehr gut hier von mir auch gerade abgefangene bälle und wir hatten die gefahr mit den kmh ersten top 20 mann in der beschleunigung der bundesliga giannullis liefert gerade mehr als dhl und ich habe deswegen auch game changer er kann auch richtig entscheidend werden für den fca der hat seinen platz ist erstmal gesichert und auch bei uns im ranking hier giannullis auf der zwei so mein platz eins habe ich live gesehen kann ich dann noch besser bewerten immer enger mann hier wie im duel mit eddie das ist patrick eras mein gewinner des spieltags kieler chef ist back das habe ich hier geschrieben nach seiner gehirnerschütterung sein spiel eins eine sehr unangenehme verletzung verpasse dadurch jetzt auch die beiden spiele die letzten die beiden davor nämlich und zeigte am wochenende bei seiner rückkehr wie wichtig er für das kieler spiel ist patrick eras klärt die sache 14 geklärte bälle gegen leverkusen damit geht er auch auf die 1 geklärte bälle im schnitt der bundesliga ein absoluter monster stat hier und dazu auch pass sicher gegen leverkusen das war ganz wichtig auch für den sieg am ende 93 prozent unfassbar auch die zweikämpfe wenn gefordert war da auch hier 50 prozent also patrick mit trick den sensationspunkt eingeheimst in leverkusen und bei mir setzt er sich die krone auf die ganze note 3 und platz eins bei meinen gewinnern des spieltags ja und damit haben wir die gewinner des spieltags zumindest meine habt ihr noch einen gewinner ohne scorer dann schreibt mir den gerne mal in die kommis und damit wünsche ich euch jetzt einen hammer heißen start in die woche und bin raus hier bis zum nächsten Mal